Denn wir haben doch, ah jetzt haben wir wieder keinen Platz dafür, macht nichts, macht nichts, macht nichts, was kann man jetzt wegwerfen? Den Sand, pass auf, so, den werden wir wachsen lassen, das Problem ist, ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das während einem Let's Plays das mal probiert? Ich habe versucht, Pilze wachsen zu lassen, ging nicht und habe dann gedacht, boah, scheiße, geht nicht mehr, das Problem ist aber, die Pilze brauchen ein Lichtlevel von irgendwie, keine Ahnung, minus 87 oder so, ja, also sie wachsen nur im sehr dunklen Teil und das habe ich in einer Testwelt, in einer Kopiewelt habe ich das mal probiert, da musst du wirklich, ja quasi den Pilz anbauen, in einem dunklen Kasten, in einem Brutkasten, so, und wenn der dann irgendwie einmal gepflanzt ist, kannst du damit bauen, kannst du natürlich oben alles, ähm, naja, freischaufeln, dass er halt auch wachsen kann, warum, warum ist das hier, boah, ja, und dann hast du einen Pilz und ich wollte ja Pilze, ich grabe mich gleich nach oben, ernsthaft, und ich wollte ja Pilze deswegen haben, wegen den Pilzkühen, den Pilzkühen, sind die schon wieder hier, gibt's doch nicht, ja, da habe ich, wie gesagt, da haben wir ja uns ein kleines Gatter gemacht, in der letzten Folge oder in der vorletzten, keine Ahnung, in einer der letzten Folgen, auf jeden Fall, und, ähm, ja, da wollte ich tatsächlich, ach, guck an, wir kommen dann wieder da zurück, das ist ja schön, gut, das ist tröstend, 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 wo bin ich, äh, hä, Hilfe, jetzt bin ich ja doch wieder woanders, hä, Alter, genau das meine ich, diesen, boah, nervt mich das, hoffentlich wird das nicht wieder so asynchron, das wird mich ankurzen, boah, weißt du, was, hier, hier war's, hier, ganz genau hier war's, so, das ist alles nicht dein Ernst, ne, so, so, und dann hier, ja, 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 gut, okay, ach so, jetzt kann ich dann wieder hochschwimmen, auch gut, so, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wenig Zeit, die ich dann habe, um raufzukommen, wahrscheinlich ist es jetzt aber dunkel, nein, doch nicht dunkel, guck an, äh, ja, um die komme ich jetzt wieder hoch, so, okay, komme ich mir klar, so, dankeschön, und jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte, das ist einfach genial, so, raus hier, weg hier, genau diese Richtung, ah, ja, so, wird es jetzt dunkel, wird es Nacht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall will ich nach Hause, geht weg, geht alle weg, ich mag euch nicht mehr, ne, ich kann euch alle nicht mehr leiden, ich will nur noch nach Hause, also, also, ich habe schon wieder nichts, so, geh weg, so, nein, doch, warum, ist das nicht, naja, ja, wie gesagt, über meinen, äh, nicht vorhandenen Orientierungssinn möchte ich jetzt aber auch nicht großartig diskutieren, jetzt bräuchte ich den Kompass zum Beispiel nicht mehr, jetzt weiß ich ja, wo es lange geht, aber bis hierhin, vielleicht sollte ich bei dem Dorf einen Kompass, ja, ähm, horten, weil von wegen horten hört ein Hu, kennt ihr das noch? ja, ich glaube, diese Session, die wird ja auch nicht lange sein, keine Ahnung, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen mit dem, boah, mit dem Turmbau, ich weiß nicht, haben wir schon einen 10er-Stack, 64er, also 10 64er-Wolle, ja, ne, das heißt, ich werde, ach ja, die rote, die rote Farbe war ja zum, ah, ah, okay, pass auf, zack und so, dankeschön, so, rote Blumen, die ich nicht mitnehmen kann, ich will nicht mehr, Pfeile, brauchen wir Pfeile? Schimpf nicht rum, was kann ich wegschmeißen, hallo? Warum kann man die nicht stacken? Ach, die kann man stacken, ich will nichts mehr hören, blaue Schafe, okay, hier haben wir auch unser Unwesen getrieben, ganz eindeutig, hallo, blaues Schaf, so, spielt Schalke heute wieder, ja, sehr amüsant, so, hallo, rote, was ich mich frage, man kann, ähm, ach, guck an, mit dem Schwert kann man rote Blumen nicht mehr, also generell Blumen nicht mehr, nein, geht das nicht, aber das ist nur ein Fehler in der Matrix, ne, war ein Fehler in der Matrix, verarscht mich hier die roten Blumen, ne, ja, hoffentlich reicht das jetzt an rote Blumen, ne, schade, dass man Blumen nicht irgendwie anpflanzen kann, dass sie sich halt mehr werden, so, und hier ist auch die Frage, ob wir dann hier, auf diese Insel, halt da ein bisschen, ausbauen, das wäre jetzt auch nicht das verkehrteste, so, warum mache ich denn jetzt so einen großen Bogen, egal, machen wir einfach, also mit Minecraft bin ich noch nicht ganz zufrieden, in Sachen Aufnahme und so weiter, da sind auch zu viele Sachen, die mich richtig stören, vor allem mit Fraps, ich muss da gucken, ob ich da irgendwie eine Alternative finden kann, und dass hier die Grafikfehler und so weiter sind, das ist auch ein bisschen arg, nervig, so, meine lieben Leute, so, und zack, so, ich hoffe, dass ich jetzt genügend rote Farbe habe, nein, im Leben nicht, im Leben nicht, lalalala, du und du und du und du und du und du und dann war es das auch schon, schade, Alter, die Musik, jetzt habe ich das Boot nicht mitgenommen, ich bin auch der schlauesten Einer, so, komm, pass auf, nehmen wir das, und ein bisschen Wolle könnten wir mitnehmen, zu Beginn, habe ich Schaufel, 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 gut, gut, okay, dann wollen wir mal los, so, hier auf dieser Insel soll, immer kurz richtig hingesetzt und kurz was getrunken, super, es gibt nichts besseres, als eine Tasse, die leer ist und man, naja, egal, Getränke generell mangelt es ja zum Glück nicht, so, wir haben hier ein bisschen Platzprobleme, so, dann schütten wir hier nochmal ein bisschen mit Erde auf, ich weiß ehrlich gesagt nicht, Ups, nee, pass auf, das legen wir auf E3, da habe ich gar keine Lust drauf, so, ähm, 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 pass auf, Wolle, haben wir hier, machen wir das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, Ups, 1, 2, jawohl, hier müssen wir aufforsten, hoffentlich habe ich jetzt genügend Erde mit, ansonsten, gut, ist jetzt nicht grundsolide, aber, naja, ich fürchte, ich habe nicht genügend Erde mit, das gibt es doch nicht, nein, ah, als was, dann schaufle ich eben halt da hinten Erde, stört doch keinen, na, wir müssen mal ein bisschen Erde schaufeln, ich will wenigstens das Fundament schon mal gelegt haben, Gelle, vor allem Gelle, wer sagt denn heutzutage noch Gelle, so, ach cool, wie, guck mal, Kies, ohne Ende Kies, ne, so, hier kann man ein bisschen abtragen, haben wir gleichzeitig auch ein bisschen mehr Aussicht, jetzt habe ich wieder keine Themen parat, weil dieses Aufnahmesession ist die ganze Katastrophe, und ich muss mir unbedingt mal Gedanken machen, wie ich das jetzt mache hier mit den neuen Aufnahmen, äh, mit den folgenden Aufnahmen, vor allem das Problem hatte ich vorher mit Fraps nie, ich weiß nicht woran das liegt, ist das eine falsche Windows Installation, oder Windows irgendwie Probleme hat, oder irgendwie Java, dass Java ein Problem hat, muss ja wohl, weil ich meine, sonst habe ich wie gesagt nichts anders gemacht, und auf einmal habe ich ja voll die Probleme, Geh mal weg, da ist es doch nicht zu fassen hier, lalala, dich habe ich nie gemocht, das war mir auch zu viel, das ist mir zu viel, so, also wie gesagt, ich mache den Umkreis, damit ihr schon mal seht, wohin die Reise gehen soll, damit ihr seht, nicht sieht, damit ihr sehen könnt, wohin die Reise gehen soll, hopp, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel ist, das wird natürlich hinterher auch wieder angepasst, dann hier, und hier noch ein Huckel, sind wir einfach mal ein bisschen großzügiger, jetzt haben wir es ja, Ups, natürlich, natürlich, so, pass auf, gucken wir mal, was haben wir jetzt hier, ein, zwei, drei, vier, fünf, ja, so viel zum Thema, jetzt reicht das, ich wollte das doch gar nicht so massiv hier, naja, naja, so, ja, super, wir haben noch mehr als genug Erde, sehe ich gerade, freue ich mich ja, hmm, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann haben wir hier Wolle, eins, zwei, eins, und wir müssen schon wieder Sand, Erde schaufeln, ne, nein, müssen wir nicht, pass auf, ich habe jetzt keine Lust, hier jetzt andauern noch zu schaufeln, schwimmen wir mal eben zurück, wir haben doch mehr als genug, was, wohin, hallo, Hilfe, wird schlecht, Alter, was ist denn das für eine Bootswart, so, ja, Alter, Hilfe, und Tiere, ihr müsst unbedingt mal aus dem Wasser, das kann doch nicht gesund sein, so, Alter, überall juckt es mich, das klingt merkwürdig, aber, naja, so, Erde, 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 und das, zwei 64er Stacks müssen reichen, jetzt kann man auch wieder schlafen gehen, doch, guck mal hier, sieht doch eigentlich ganz schön aus, oder, hier mit dem Zaun, dann den links, ja, ich finde das ganz schön, das flackern sieht natürlich, herrlich aus, richtig, richtig herrlich, ein Fest für die Sinne, so, pass mal auf, ich gehe mal nach oben, um hier mal zu fotografieren, ja, ist jetzt nicht so, und jetzt wird es mir wehtun, wird es mir wehtun, ouch, voll auf die Kuh gelandet, und trotzdem habe ich Schmerzen, okay, der Mond geht auf, das flackern nervt, das flackern nervt, das flackern nervt, das pass mal auf, Ressourcenpakete, so, so, hier sehen wir ja, ne, so, pass mal auf, ich nehme das, oder wir nehmen gar keins, schmerz, schmerz, schmerz,